Guten Abend! Guten Abend! Guten Abend! Guten Abend! Hier der Speisesaal. Ich war heute der erste Herrin. Da kann ich euch mal alles schön zeigen, was es alles gibt. Ein schönes Süßchen. Ein bisschen Reis. Brust. Hier haben wir Crêpes gemacht. Hier gibt es frische Pizza. Frische Pizza. Die Nudeln sind alle frisch gemacht. Frisch gepackt. Bommes gibt es. Reis. Hupenfrust. Und hier gibt es so leckere Samen. Nur wenn alles frisch gemacht. Am Hupen. Der Speisesaal ist richtig groß. Da passen schon gut Leute. Und da hast du so gemacht. Der Speisesaal ist ein dicker. In der Regel ist es ein dicker Ries. Es ist ganz schön. Das ist ein dicker Ries. Vielen Dank.